Wir stehen in einer Sackgasse, aber es geht voran. Soll ich jetzt losfahren? Vorsicht! Da kommt doch einer. Hysterie hat einen Namen. Warum ist das kein Ferrari, wie Sie sonst fragen? Jamás será vencido, el pueblo. Die Vermögenden, die Reichen, die was erben oder vererben, die sind doch aus ihrer Sicht die Bösen. Die zerreißen das Land zwischen oben und unten. Die Leute nehmen es einfach hin. Die Leute, so als sei es ein Naturgesetz. Aber es ist kein Naturgesetz. Macht ihr das eigentlich Angst? Ja, das macht mir Angst. Es ist kein Naturgesetz, sondern es ist menschengemacht. Ungerechtigkeit ist menschengemacht. Erben ist böse, erben ist gefährlich. Ach Quatsch, ich hab selber geerbt und die Leute sollen Erbschaftssteuer bezahlen. Die Erbschaftssteuer, die ich bezahlen muss, ist doch lächerlich gering. Wäre es eine Möglichkeit, dass sie das, was sie an Erbschaftssteuer hätten zahlen müssen, an mich zahlen? Nein. Weil dann käme ich von, Achtung, unten nach oben. Schnellt, schnellt, schnellt. Schnellt, 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 schnellt. garer garer Bis zum nächsten Mal.